Mit dem iPhone Textformatieren, wie das geht, zeige ich euch hier. Hallo, mein Name ist Martin Goldmann und ich zeige euch, wie ihr auf dem iPhone Text formatieren könnt. Und zwar kursiv, unterstrichen oder fett. Das Ganze geht in Apps wie Mail, den Notizen oder vor allem und aber auch in WhatsApp. Um auf dem iPhone Text, Fett, Kursiv oder unterstrichen zu formatieren, tippen Sie zunächst auf den Begriff und markieren ihn. Danach tippen Sie auf den kleinen nach rechts zeigenden Pfeil. Hier sehen Sie BIU, also Bold Italic Underline, für Fett, Kursiv und Unterstrichen. Für dieses Beispiel wählen wir Unterstrichen. Danach müssen Sie nur noch auf eine beliebige Stelle im Dokument tippen, damit das Menü verschwindet. Unser Begriff ist jetzt unterstrichen. Das war's, herzlichen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Like da, abonniert den Kanal, teilt das Video und schreibt uns vielleicht einen netten Kommentar. Wir freuen uns über alles. Habe ich schon Tschüss gesagt? Tschüss. Habe ich schon Tschüss.